Und auf zur nächsten Runde. Gleiche Stelle, wir probieren es einfach nochmal mit dem Eiszauber. Letzene Sache. Gut, wir nutzen jetzt mal direkt die Sichel. Ne, so nicht. So schon eher. Der Zauberer muss, äh, sterben. Ne. Na gut, dann mit der Flammepeitsche. Au. Auch nicht. Das ist jetzt echt dreist. Na komm, na komm. Nicht da lang, komm wieder zurück. Du komischer Ritter, komm wieder zurück. So, geht's auch, äh. Jetzt wird's ein bisschen komplizierter. Glaube ich. Äh, gut. Den Eiszauber hab ich angewählt. Jetzt kommt doch mal her hier. Ich bin hier oben. Sehr schön. So. Na komm, na komm, na komm, na komm. Schüpp dich da einfach hoch. So. Und? Och nö. Oh, das kann doch nicht sein. Und jetzt sind auch keine Gegner mehr da. Das war wieder so klar. Jetzt darf ich zum Gan... Aaaaaahhh. Mann. Jetzt darf ich wieder einmal im Kreis laufen oder so. Und darfst du die ganze Schose noch einmal machen. Ah, ich hab keinen Bock mehr. Ich will... Also ist es noch nicht so wie bei Clonoha. Aber... Es wird langsam Zeit, dass ich hier mal ein bisschen wieder vorankomme. Äh. Und? Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. So, gleich auf die Sichel. Jim. Jim. Und zwar noch bis der... Richtig steht dieser Typ hier. Ja komm, noch ein Stück weiter nach hier. Nicht nach da. Och, Mann. Hier bin ich. Ja, genau. Nicht da hoch. Nicht da runter. Hier, komm zu mir. Komm zu mir. Äh. Hä? Wird wir da denn jetzt? Boah. Das ist doch krank. Also die KI ist... Also die KI ist... Man, echt ziemlich das mieseste, was es jemals mit irgendeinem Spiel gab, glaube ich. Und so... Ab auf Eis. Gut. Ach, jetzt flitzt er da schon wieder rüber. So, Waffe... Mond, Stern... So, und jetzt... Stell dich so hin... Ja. Endlich habe ich dich... So... Jetzt braucht man nochmal die Sichel... Ja. Ja. Ja, haha, endlich... Speichern. So. Pappe wechseln. Oh man, das war ja... Oh man, das war ja... Uff. Das war ja mal echt ein Krampf. Was passiert jetzt hier? Ich würde mich echt wieder auf ein Level abfreuen. Gebt mir ein Level ab. Gebt mir ein Level ab. Okay. Okay, was haben wir jetzt hier? Greep, greep. Gut. Hier geht's auch direkt weiter... Lava. Okay. Das sieht hier eigentlich gar nicht schon mal so gut aus. Ich brauche hier wirklich mal die Lanze wieder. Ich meine, das ist doch kaum noch Schaden, den ich hier mache. Na komm. Busch. So, und Supermagie dran. Sehr schön. Weg mit dir. Äh, haben wir hier wieder? Nee, hier war nichts. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Blö, 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 blö. cool selbst die werden wir hier irgendwie los schön hier ist nichts hier ist nichts hier ist auch nichts solche gegenden liebe ich ja ohne alle also wie wie keine ahnung ich liebe es einfach nur da 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 ich spreche ja einfach mal ab bevor ich darüber wandern seht ihr gut dass ich das gemacht habe ich bin gerade echt überfragt wie es jetzt genau weitergeht juhu nächster level auch schön gehen wir gleich wieder auf kraft ausgezeichnet als ob mir so etwas trübes etwas ausmacht cool damit habe ich nicht gerechnet muss ich zugeben damit aber auch nicht na gut wir müssen hier erst mal wieder einen cut machen bis gleich darf fast im im